Also wir sollen mal was sagen zu Nordkorea, ne? Also rein verurteilsmäßig, der fette Nervt wie die Sau, oder? Der dicke da, der, 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 der fettete Kim Jung-Bung da. Ja, oh, der hat, der ist... Also das ist eine harte Nummer. Der ist ja eigentlich mit der Kim Wilde zusammen. Mit der Kim Wilde? Verbandelt, verwandelt. Nee, ne? Und Kim Bae Singer. Der Kim Bae Singer, die sind alle miteinander verbandelt. Das ist der Kim, alles Kims. Da gab es doch früher einen in den 60er, der Richard Kim. Ja, auf der Flucht. Der ist, wo ist der gelandet wahrscheinlich? Nordkorea. Der ist, jetzt weiß man es endlich. Kim Bell Jung Ing Gong Pong. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist Fernsejournalismus, was wir hier machen. Das ist nicht nur einfach, wir reden nicht nur einfach. Das ist Fernsejournalismus für mich.